So, willkommen zurück zu die Weide mit dir. Mal gucken, ob ich jetzt, übrigens danke für die öffenden Kommentare, mal gucken, ob ich das jetzt richtig zusammenfasse, zumindest das meiste. Wir fangen mal an, dass wir bei Hummer mehr vorbeischauen, uns die Quest für den Troll abholen. Dann muss ich im Lager, also im Belagendorf nochmal vorbeischauen, denn die Quest wegen dem Versorgungslager führte mich ja auch dorthin. Dann muss ich noch in der Spinnenhöhle was gucken. Ja, das sollte mich erstmal ganz gut beschäftigen. Mal gucken, was wir denn so heute mit veranfangen. Ich würde sagen, wir fangen mal damit an, dass wir auf die Spur und mehr als Hinweise nachgehen wie dem Troll. Oh, Kettenhandschuhe. Ich werde später anlegen. So, wir fangen mal an bei Hummer. Der ist nämlich hier oben. Ich habe mich die ganze Zeit übersehen. Leid die größte Gruppe, ich bin Hummer und der Hof gehört mir. Mein, bei Trisha, wie kann ich euch helfen? Ich glaube, es war die zweite. Dann muss ich mal schauen, ob der Herr sagt mir, welchen mache ich ausruhen. Aber gewiss, Wanderer, die guten Götter legen uns ans Herz, einen unerwarteten Gast, dieses Willkommensweisen. Ich würde euch anbieten, auf meinen Bauern zu übernachten, aber nichts für ungut. Leute, Waffen regen meine liebe Frau zu sehr auf. Ich lage euch vor, dass ihr euch drüben im Norden in meiner Scheune schlaft. Nehmt zu viel von meinem Heu, wie ihr braucht. Da muss ich gewiss zu machen. Im Pinsam, gestern Abend ist das, was ich jetzt brauche. Jawohl, mein Freund. Da war von einem, muss ich euch warnen. Der Stallbursche erzählte mir, dass der heute seltsame Geräusche aus Erscheinung bekommen hatte. Der hat ein bisschen viel Fantasie und ich bezweifle, dass er überhaupt etwas gehört hat. Aber vielleicht ist er ordentlich so ungeziefernd Erscheinung bereits da gemacht. Hat sich bei uns ungeziefernd Erscheinung bereits da gemacht. Wahrscheinlich raten, ich werde mich für euch betreiben. So, jetzt müssen wir mal mit Trisha sprechen. Ich bin gerade bei einem berühmten Donnernoden. Kekse zu backen. Warte noch, bis ich den Sahneguss fertig habe. Dann könnt ihr einen kosten. Nein, danke. Okay. Ich finde, dass Gott sei Ton an den Kopf genommen hat. Allerdings, das stimmt. Wir leben alle in Furcht. Aber die Männer werden, stecken den Besten einfach nicht fertig. Er, heute, einer wollte Romer angreifen. Da höchlicherweise sein Haar nahen und verschand sich in einer Scheune. Aber ein Trolles hat uns am Ragnar getötet. Ihn zerfetzten Leichnam hat er in den Luss geworfen. Aber es ist im Furcht, dass er einen Weg an ihn später auszog. Was finden wir, lieber Ragnar? Seit dem Tod seines einzigen Sohnes ist Ragnars Herz schwarz vertraut. Armerker, ich finde seine Farbe im Osten in der Nähe von Burg Eisenfaust. Aber seid du, Zahn, wenn ihr mit dem sprecht. Ragnar kann sehr launisch reagieren. Es ist die Trauerhauffe, steht hier. Äh, okay, Zeit, ich muss aufbrechen. Gut, im Osten von Burg Eisenfaust, also. In anderen Worten, hier in diesem schwarzen Gebiet. Das trifft sich ja gut. Danach forschen wir auch gleich mal wieder ein bisschen neues Gebiet hier. Das Weiderland, das brauche ich erstmal nicht. Das war ja im Westen von Burg Eisenfaust. Jetzt wurde ja gesagt, östlich von Burg Eisenfaust. Dann haben wir einen Hühnerstall. Brauche ich erstmal nicht, ich habe genug zu tragen. Was haben wir hier noch? Okay. Das Soho und das Ellie. Ähm. Ja gut, werde ich mir jetzt aber aufheben, weil, ähm, merken wir uns, dass sie hier sind, aber ich habe, ja, Sachen, die ich tun wollte. Wenn später noch Zeit ist und ich es hinbekomme, dann muss ich mich darum kümmern, was die zu sagen haben. Jetzt aber erstmal nicht. Jetzt wollen wir uns erstmal hier erst durch der Burg Eisenfaust um gucken und uns sehen, dass wir Ragnar finden. Ja, bloß die Burg ist groß. Ein bisschen Fleisch vielleicht mit dem. Wo kann er jetzt denn fahren? Oh. Nach Platz wollen passieren. Ähm. Die sind nicht aus wie Persönlichkeiten. Die Welt ist groß genug, manche immer aus. Die Welt ist groß genug, weil ich auch mal. Die Welt ist groß genug, weil ich... Die Welt ist groß genug, weil ich dem Maus und Zoo durch einen anderen Weg haben. Ich finde, ich bin so kündig, weil ich einen Vortritt haben. Weil ich einen Vortritt haben. Züge deut zu mir, das Wort des Sportes, ja, und ihr könnt auch in Zähne in eurem Hut nach Hause tragen. Immer bitte Ruhe. Ich wünsche kein Streit mit euch. Ich möchte wirklich passieren. Ich weiß nicht, wie stark die sind. Von daher lassen wir lieber erstmal passieren. Außerdem habe ich sowieso vergessen, es zu saven wollen. einen kleinen Moment Schuss gehabt, dass wenn ich jetzt irgendwas Falsches sage, dass sie sofort auf mich losgehen und ja, ich möchte zwei, drei Stegen zu Boden werfen. Also dann lieber so, anstatt einen Streit zu provozieren. Denn wie ich die Antworten gelesen habe, war das durchaus möglich und der will auf jeden Fall gerade Streit. Ich weiß nicht, was mir gerade mehr auf die Nerven geht. Ach, ich habe wieder vergessen. Komm, nochmal. Ich vergesse jedes Mal, dass ich doch den einen Zauber rausnehmen sollte. Oh, diese blöde Schlangen gehen auf die Nerven. Irgend die großen Feinde habe ich kein Problem. Aber wenn es jetzt hier um die kleinen Mist wie hier die Schlangen geht. Ja, komm, hau zu. Oh, meine Güte. Ja, wiege Schlangenvieh. So wusste jetzt der Söldner. Und zwar nicht nur einer. Problem beseitigt. Problem beseitigt. Manchmal gehen die kleinen Viecher mehr auf die Nerven als die großen. Das ist die größeren. Aber ich kann so ein bisschen Fleisch abarbeiten auf die Art und Weise. Ich glaube, das war das Haus von Homero wenn ich mich nicht richtig gesehen habe. Aber das werden wir vielleicht mal auschecken. Hört, hört an alle mutigen und getreuen Zwerge. Unser guter König ruft euch zu den Hört, hört an alle mutigen und getreuen und getreuen Zwerge. Unser guter König ruft euch zu den Waffen. Den heimtückischen Elfen ist der Krieg erklärt worden. Reit euch ein und verteidigt eure Heimat. Okay, interessant. Gute göttliche Waffe weg, ja. Entschuldigt. Ich fände Zeit ich fühle mich gerade zur Nacht ohne Waffe. Wegstecken. Es richte über die Orkangriffe in den Süden und nun die Elfen. Verdammt, das ist kein gutes Zusammentreffen, Mensch. Wirklich kein gutes Zusammentreffen. Stimme euch vor uns ganz zu, Zwerg. Noch, äh. Oh, mehr, was für die Möglichkeiten wir immer halten, Mensch. Ich habe nie etwas auf dem Spülwasser gegeben, dass hier überall in den Tavernen viel geboten wird. Also habe ich angefangen mir eigenes zu brauchen. Ihr wollt, ich denn ein paar Flaschen zu meinem anständigen Preis haben? Äh. Was macht euer Willen? In anderen Tavern so überlegen. Ah, das wird ein kleiner Zutat sein, die den Gebräu viel mehr als nur ein süßes Aroma verleiht. Die meisten Zwerge mögen es schnell besoffen zu werden und diese Zutat gibt meinem Bier ordentlich zu. Ordentlich zu. Zwei Flaschen davon und hier tanzt die nächsten zwei Tage durch. Was für ein Zutat hier verwendet? Ha, vergesst es, Mensch. Der alte Rimmer hier macht dein Vermögen mit dem Geheimnis und ich werde bitte mein Grab nehmen. Äh. No thanks. No thanks. No thanks. Aber gut, was sagst du? Ich frage mich ausnahmsweise. Was ist das für ein komischer Geruch der von euch ausgeht? Was könnte ich euch fragen, Zwerge? Ihr stinkt auf zwei Hildenbahnlängen entfernt nach Mist. Oh Mensch, ich dachte, es wäre Roven, der Schweinezüchter. Warum riecht die Menschen eigentlich alle wie Schweine? Keine Ahnung, warum mich die denn hier misstaufen? Alter Schwede. Ich bin Gerott, der Misstherber. Ich bring die Fekalen des Dorfes zur Düngung hinaus auf die Felder. Also ein altseheerbares Handwerk und einträge ich noch dazu. Wenn auch der Geruch etwas wässig ist, ich kenne nicht zu welchen Mädchen ohne Geruchssinn. Egal welcher Rasse, ich bin nicht wählerisch. Äh. Nehmen wir mal die Antwort. Klingt großartig vor, noch sagt ihr. Vielleicht mache ich mich mal auf den Weg zu ihr und stelle mich vor. Wird lucky, wird bestimmt ein reizendes Paar abgeben. Das war aber jetzt nicht der, den ich suche. Äh. Nein. Wollen wir mal. Ich weiß, es ist damit zurückgekehrt um etwas von dem Peanutschwergen abzuschliffen. Hier kann man enger erkunden, den ganz schlecht von dem Spiel, was er geworden ist. Achso, ja, oh Gott. Oh. Ich brauche die Zwerge Ah, stimmt ja, richtig. Da war ja was. Da war ja was. Hier ist ein Teleporter und den kann ich jetzt nicht nutzen. Schade. Na gut. So, Zwergenteleporter. Das ist jetzt beim Jubiläer. Das ist ein Minenarbeiter. So, mal, könnte ich hier was machen eigentlich in dem Ort? Was macht man der Tote? Guten Morgen, mein Name ist Tokim der Tote. Ich freue mich, euch durch die Könnschaften machen. Tokim der Tote? Was merkt ihr? Na mal, seid ihr? Ja, dann Appentäter. Ne, ich bin Steinmanns. Ich habe meistens viele Grablatten was genau zusammen. Der Beste im ganzen Gewerbe. Besser gesagt, ich bin nicht der Einzige in diesem Gewerbe. Ich bin der Einzige Professionelle Grablattensteinmanns im Rivalon. Seid Blatt. Seid Blattlamere, der Elf starb. Wenn ich nur so vorhabe zu sterben, muss ich euch mich an euch wenden. Nun, wenn ihr wollt, dass man nicht beim Tod sich hin hat. Wenn ihr in ihm statt werden wollt, ist alles eure Sache. Ich möchte meinen Tod in den Kopf hinterlassen, dass warum dir erzählt Neno nicht hält. Wollen wir recht sein, aber dennoch wissen die Leute mit Blumen denken, wir wollen nicht genau auf welchen Fleckchen die Erde sei Blumen ablegen sollen, wenn ihr kein Markeungstein habt. Ich glaube, ich habe, ich glaube, damit kann ich leben. Hier geht es nicht um das Leben, wenn Sterben ist hier unser Thema. Vielleicht bedeutet euer Blumenstrauß nach dem Tod etwas mehr als nächstes. Aber das ist natürlich euer Begräbnis. Ich schaue nochmal nach bei Tagebuch. Und ich, äh, ... ja, im Osten der Nähe von Borg Eisenforst. Ich schaue zumindest hier drauf. Im Osten von Borg Eisenforst. Was haben wir eigentlich alles drin? Äpfel. Gold. Na, gut. Neufige Biene. Schlangenvieh. 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 Ich hoffe, dass hier alles schwarz ist. Also, schwarzer Nebel zu einer forschen Gebietes. Demnach frage ich mich gerade, wo seine Farm hier sein könnte. Stand ja östlich von Borg Eisenforst da im Gespräch. Das zu wissen mag zwar einfach sein. Zu finden jedoch ist die Sache. Ich glaube, wir sind eine Menge Kleinvieh unterwegs. Was haben wir denn da für einen Teleporter? Ich brauche die Zwergenschrift. Achso. So, Zwergentelle. Kann man jetzt noch nichts mitmachen. Waren wir schon. zur Zwergensiedlung Nocht. Innerhalb der Ortsgrenzen ist das Graben von Tunneln verboten. Hm. Okay, ja, da waren wir gerade in der Zwergensiedlung. Was ich aber gerade ersuche, ist, ähm, die Farm von Humer. Die sich östlich befinden soll. Liegt denn gerade etwas ziemlich nah auf meiner Karte? Was man denn gerade abschließen könnte? Okay, ich könnte gerade mal nach Süden gehen und, ähm, das mit dem Dorf abhaken. Ah, ich glaube, der Weg führt mich dann. Naja, der führt mich woanders hin, der Weg. Der führt mich dann woanders hin. Ach so, man könnte ja mal spaßhalber den Stein mal aktivieren, was ich hier eigentlich schon mal vorhatte. Ah, ich glaube, das war... Ah, das war woanders, glaube ich. ein Stern-Amulett. Ich glaube, hier war das mit dem Stein irgendwo. Ah, das war so, kann am Tag besser sehen. Okay, das war das mit dem Stein hier. Wow, wow, wow. Wow, 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 Alter, Schwede. Okay. Holy shit, was ist jetzt gerade? Na, das war die falsche Taste. Alter, Schwede. ist man jetzt einen kleinen Gegner weg. und noch Spinnviecher, meine Fresse. Boah. Boah. Okay, ich habe es verstanden, berührende Steins war verboten. aber gut, es hat mir ein Level abgebracht. Das war das Gute daran. die Schlange ist auch schon mal schon mal weg. Oof. Soviel zum Schlachtfeld. Ich muss sagen, es hat mir eine ganze Menge schöne Anfangspunkte eingebracht gerade. Ich dachte schon, das Spiel hat sich gerade aufgehangen. Ansonsten, boah, welche Richtig eskaliert hat. Was ist das? Nein, das war das Zeltlager. Aber es war nahe dem hier. Da ist Gold rum. War doch irgendwo. War doch diese Hauptbahn irgendwo. Die mich wieder melden sollte. Was ist denn jetzt gerade? Oder war der hier oben drin? Ja, da ist er. Oder? Der Soldat. Ach da. Mit Orks. Ausgezeichnet, Pfeiber. Untervorräte werden die Orks die Erbesserung und Augen bald aufgeben müssen. Es ist in der Zeit etwas aktiver zu werden. Ich muss erneut vor die Zugreifen. Laut der Mission. Ich möchte jetzt die Wasserreservoirs der Orks vergiftet. Ich nehme sie natürlich ihr Gift, der ich sie von den Kampfmagiern erschaffen wurde. Und schütze es in den Brunnen, der sich in der Nähe des Orklaas befindet. Vorsicht ein Tropfen davon. Und ihr seid schneller bei den Göttern als euch lieb. Verstanden? Aber ja. Ihr könnt den Kontext des Bruns zeigen. Natürlich meine Mission. Natürlich meine Spion berichten, dass der Brunnen streng bewacht wird. Ihr müsst einen Weg finden, um ungesehen einzudringen. Und das Gift den Brunnen zu geben. Wie ihr es anstellt ist eure Sache. Viel Erfolg. Auf bald. Okay. Mal gucken wo das wieder oben ist. Mit dem Brunnen. Okay. Ist natürlich weiter hinten. Damit wäre das erledigt. Und ähm... Da ist die Zwergensiedlung. Die Farm soll sich östlich von Burg Eisenfaust befinden. Hab ich jetzt nicht entdeckt. Ähm... Gut. Ich mache einen kurzen Cut. Wir sehen uns gleich bei der Spinnenhöhle wieder. So. Bis gleich Leute. So. Wir sind bei der Spinnenhöhle. Und... Tja. Wollen mal reingehen. Und gucken. Was da drin ist. Denn es soll noch was geben. Dass ich auf jeden Fall Braucher benötigen kann. Da war eine Schatzkarte. Die da rumliegt. Okay. Interessant. Die Heimat der Antike auf die... Die... Oh. Die Heimat der Antike auf die... Beine der Welt trifft. Okay. Das nehme ich auch mal vorsichtshalber mit. Was haben wir noch? Hm. Okay. Gut. Dann... Werte ich jetzt hier mal kurz nochmal cutten. Und dann gucken wir mal... Dann gucke ich mal nach wo sich auf der Karte... Die Farm von Homer finden lassen soll. Also bis gleich. So. Ein kurzer Anhang. Ähm. Ich habe es kurz nochmal aufs Screen probiert. Ich habe Ragnar gefunden. Er war meines Erachtens... Westlich von der Burg. Stadt östlich. Da hat mich die Informationen von der Frau etwas ziemlich irritiert. So. Wir werden jetzt zum Trollkönig rüber marschieren. Denn... Eigentlich habe ich gelesen. Kann man hier den Questbreaker aktivieren. Wenn man die Leute nach der... Falschen Reihenfolge anspricht. Nun dachte ich... Okay. Ja. 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 Ist verkackt oder wie. Von daher... Hat dies einfach mal probiert. Aber... Einfach mal trotzdem dankbar. Aber irgendwie wurde es gerade nicht aufgenommen. Wunderbar. Jetzt kann ich meine Aktion nochmal fix wiederholen. Aber es ging ja schnell. Okay. Wir marschieren einfach mal jetzt fix zur Trolle darüber. Töten diesen Trollkönig und seinen ganzen Gefolge. Und dann dürfte uns Ragnar dafür auch dankbar sein, wenn du mal reingehen würdest. So. Stirb abschauen. Jetzt hackt es wieder mal vollkommen rum. Wunderbar. So. Weg mit euch. Troll am Schaum. So. Töten wir diese Trolle und uns Ragnar dafür danken. Dass wir das getan haben. Aber er wird sich ja eine Weile ausruhen müssen. Das heißt wir werden dann später auf ihn zurückkommen müssen. So. Wir haben ein paar Gegenstände. Oder auch nichts. Aber hier. Ein Schlüssel. Da ist noch ein Troll. Wir müssen nämlich alle Trolle töten. In der Höhle. Wir müssen nämlich alle Trolle töten. In der Höhle. Wir müssen nämlich keinen stehen lassen. Nicht einen einzigen. Und ja. Die Trolle hatten viele Reichtümer. Alles Zeug, was sich gut verschabelt ist. Da haben wir eine Menge Goldfenzen drin. Wann ich eigentlich schon. Ja. Mehr als genug habe. Aber was soll's. So. Jetzt gehen wir zurück zu Ragnar. Sprechen mit ihm. Und schauen mal. Was er denn dazu zu sagen hat. Und ich hoffe. Diesmal hat's auch wirklich gespeichert in der Aufnahme. Warenfalls gut, dass ich vorher nochmal. Gesaved habe. Ja. Und. Trisha. Oder wie der heißt. Danke für die. Fehlinformationen die du mir gabst. Von wegen hier. Ja. Im Osten. Im Osten ist für mich das Zwergendorf. Aber. Was soll's. Ähm. Ja. Bruder Ragnar. Er hat es uns gerecht. Ich habe alle Toll zur Strecke gebracht. Ich habe allgemein Karton getötet. Ich kann es kaum glauben. Ich danke euch mein Freund. Irgendwie fühle ich mich erleichtert. Mir ist als wäre ein unsichere Last von den Schultern genommen worden. Zu wissen. Dass so niemand anders mehr Reichtbewusst anleiden muss. Erfüllt mich mit meinem neuen Lebenskörper. Und ich rate meiner Freunde folgen. Ich werde ein neues Leben beginnen. Und auch vorerst muss ich ein wenig ausruhen. Eine Kraftgeschäft nicht. Danke euch. Ich werde später wiederkommen. Ja. Und das war's von Divine Infinity für heute. Diesmal hat's aber gesaved. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann. Tschüss Eikowski. Tschüss Eikowski. Tschüss Eikowski. Tschüss Eikowski. tembe Nil